WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Steigleistung nicht allzu beeindruckt ist, obwohl hier auch mit Maximumleistung gestiegen wird. Die LNC4 links nun an einem nördlichen Kurs macht sich bereit, wenn er uns vorbeifieht, um links nach rechts. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Die Maschine ist in der Nähe von 80 Stunden für die Reise. Mit der DC-4 konnte dies erst mal so wie 6 und 3 Stunden und 4 bis 5 bis 4. Die Maschinen wird um die Klappe gesetzt. Die Tür ist in der Nähe von den Mellen, die Landwirte haben, ist auch gefahren. Wir wollen dies erst, wenn wir von den Zug fahren können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.